So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinen Let's Play Warriors Orochi 4. Wir sind noch immer in Kapitel 3 und machen jetzt die nächste Mission. Hauen wir uns rein. Hauen wir uns auf. Das war's für heute. Ich weiß nicht, dass ich das verstehe. Ja, dann lass uns jetzt alle über Himiko und jemanden überraschen. Gehen Sie sich zurück. Ich will dich und jemanden zu suchen. Ich bin sicher, dass ich die Hände anwenden. Wenn du alle anwenden, dann gibt es viele Menschen. Es gibt auch viele Sachen. Wir müssen uns über die Fülle sprechen. Gehen Sie! Nicht so lieb. Es ist eine kleine Mädchen. Aber ich kann mich nicht daran denken. Das ist das. Ich erzähle dir. Wo sind die Himiko? Was? Das ist ein Training. Das ist ein Training oder so. So was in der Art. Ja, Level 1 halt, aber was soll man tun? Trotzdem cool. Na gut, schauen wir mit dir mal die Ultimate an. Das Schwert habt ihr gesehen. Schau, das Schwert. Das Schwert habt ihr gesehen. Das Schwert habt ihr gesehen. Na gut. Und du bist weg. Danke. So, laden wir mal die Super auf. Die Super-Ultimate. Ja, das war so schlecht. Aber du hast dich gebraucht. 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 Ah, da rein muss ich? Okay, okay, okay. Entschuldigung. Keine Zeit verlieren da. Na dann werden jetzt mal Feinde. Na komm. Geh, geh, geh! Ich bin nur mit dem Mann, der sich nur mit dem Platz zu kennen. Aber warum ist das alle? Und was willst du von mir? Ich bin mit dem Schlag. So, da brauche ich keine Ultimate einsetzen. So, dann haben wir den auch weg. Bei dem machen wir jetzt die Ultimate. MAKENOI! Wo ist er denn? Wartet mal, kann ich die alle da zusammenbringen? Da, schaut's mal, da. Da, 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 da. Sehr gut. So macht man Schaden, meine Damen und Herren. Dankeschön. So, der nächste bitte. Grüß Gott. Na, jetzt hat man schön gesehen, ohne diesen Schwerter, was aus ihrer Kehle rauskommt, so wie vorher. So, du bleibst hier, bitte. Und stirb. Nein? Und stirb. Danke. So, der nächste bitte, da vorne. So, machen wir mal das hier. Ab geht's. Ist das Viech down? Nein. Aber jetzt. Okay. Für einen Level-Einser-Charakter kann die schon einiges, oder? So, Moment. Da runter und dann nach rechts. Da holen wir uns dann die zwei roten Punkte da hinten. Nämlich Urlaub machen könnt's woanders. Komm mit, Mausi-Bär. Hallo. Trefft euch in der Mitte. Und ab geht's. Schauen wir, dass wir sie raufkriegen. Natürlich, überleben du das. Noch. Noch. Haha. Das ist ein cooler Charakter. Kann man nicht sagen. Die Nö. Ah, wie er es immer wieder blockt. So. Dankeschön. Wo ist der andere? Ja, fliehen. Genau. Fliehen will er. Aber nicht mit mir. Danke. So, raucht einmal durch. Für die Ultimate ist das wichtig. Da holen wir uns gleich dieses grüne Drecksficht da vorne. Ich weiß, dass ich raufgehen muss, aber das ist mir jetzt wurscht. Und ab geht's. Nein. Ich will das mit ihr machen, bitte. Und dann haben wir auch gleich die Ultimate noch drauf. Was urwenig Schaden gemacht hat. Gut. Dann halt noch den drauf. Rauf aufs Pferd. Schleicht's euch da von mir. Jetzt reiten wir da rauf. Zu dem Punkt, wo wir hin müssen. Damit die Geschichte, glaube ich, hier weitergeht. Aber das ist eine leichte Map. Im Gegensatz zu der, die vorher war. Das war ja unglaublich. Die habe ich, glaube ich, fünfmal gestartet. Fünfmal. Na, grüß Gott. So, macht's das scheiß Tor auf. Unterhalten könnt ihr euch auch später. Macht's das scheiß Tor auf da. Danke. 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 Okay. Dann halt den hier. Mir ist wurscht. Ey, Moment. Der ist da? Wo ist der? Nö, das ist ein Fall für dich. Der ist der scheiß Drecksviech da weg. So, kurz warten. Kurz warten. Das machen wir gleich nochmal. Mit ihr. Dauert eh nicht lang. Und ab geht's. Das Viech ist weg, oder? Sollte eigentlich passen. Na dann. Laden wir gleich mal die Ultimate auf. Und gleich mal zünden. So, du hast überlebt. Ihr habt's beide überlebt. Respekt. Ja, mach das scheiß Tor auf. Ach so, ich muss nochmal raus, oder was? Ernsthaft. Na, ihre Ultimate ist schon geil. Kann man nix sagen. Ich mag den Charakter. Sehr schön. 50 Erfahrungspunkte. Mehr nicht. Schade. Aber macht ja nix. So, ich hol mal die da hinten jetzt. Geil, wie man da so durchrauchen kann. Wie sieh an, was du willst. Hauptsache, du schießt wen ab. Danke. Na komm, steh auf. Na komm, steh auf. Na komm, steh auf. Danke. So, wir gehen jetzt aber da raus. Und er flüchtet gerade, oder was? Nicht flüchten. Komm her da. Und rauch rein da. Hallo, grüß dich. Große Schweinsviech, du. Nicht down? Schade. Ah, sie hat das Wasser. Okay, okay. Das Wasser ist immer gut. So ein großes Viech liegt auf dem Boden und ich kann ihn trotzdem nicht hitten, wenn er am Boden... Wirklich. Aber wurscht. Erledigt ist erledigt. Machen wir mal den hier wieder. Alter. Meine Güte, musst du das jetzt machen? Was? Okay, gut. Keine Ahnung, wurscht. Das ignoriere ich einmal. Dafür mache ich das mit dir. Ich habe gehört, du stehst auf Schmerzen, deswegen mache ich das mit dir. Kannst du jetzt bitte sterben? Dankeschön. Das ist ja ganz, ganz freundlich von dir. Okay. Nö? Hallo, grüß euch. Gleich drei Stück von euch da. Das tun wir gleich mal dezimieren. Stellt euch alle da zusammen. Danke. Konchino, was auch immer das heißt. Konchino, was auch immer das heißt. So, du bist des Todes. Achso, ich kann gleich nochmal. Und level up. Sehr gut. Wo wolltest du denn ihr hin? Du bleibst hier bei mir. So, du möchtest mal da wieder zusammen treiben. Meine Güte, dieses scheiß Zaubern. So, nö bringt es aber zu Ende, würde ich jetzt mal sagen. Achso, da ist noch einer. Okay. Du willst schon wieder zaubern, gell? Warte, das kann ich auch. Was hat denn die da? Was sind denn das für zwei Figuren da neben mir? Die will zaubern, oder? Ja. Oder? Nein. Sie verwendet das zum Angriff. Kennen wir die? Haben wir schon mal mit der gespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Na komm, steh auf. Na, geh. Jetzt wird's langsam Zeit einmal, hä? Dankeschön. Und das war's. Wir sind fertig. Wartet's. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war's. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin so ein schönes Wunsch. Ich bin so ein Wunsch. Ich bin so ein Wunsch. Wenn du so sagen, dann ist der Herr der Herr Schwerg. Der Herr Schwerg-Gohemann, der Herr Schwerg-Gohemann, auch zu sein. Aber ich bin so ein Mann, mit einem Mann, mit einem Glück. Ich bin sehr glücklich. An die kann ich mich erinnern. An ihn aber nicht. Zwei neue Charaktere. Für die Zeit wieder mal ein C. Naja, okay gut, ich brauche halt, ja. Ich brauche Damage Dealer. Fink as Thief. Okay, gut, keine Ahnung. Und da steigen die Herzen. Der Typ ist eh schon voll, oder? Kommt noch irgendwas? Das war's. Ich glaube, es ist ein neues Widerstand zu sehen. Wenn man sich in die Hand nehmen kann, dann kann man sich auch gegen den Geist und der Geist des Geist. Aber wenn man so weit geht, dann muss man sich auch noch die Hüge und 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 die Hüge sind. ... Ich habe noch einen neuen Widerstand mit dem neuen Widerstand geholfen. Welche sind wir? Welche sind wir? Ich habe einen guten Widerstand. Ich habe einen neuen Widerstand mit dem Widerstand geholfen. Wie ist das? Wie ist das? Lüu-Zen-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein Lüu-Zen-Sein-Sein Lüu-Zen-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein- Ich habe mich über eine Schmerz-Mitier gemacht, als du mit einem Schmerz-Mitier zu entwickeln. Ich kann nicht nur sagen, was ich nicht so gut. Na, Oehemann, das ist das, was ich zuerst. Das ist jetzt nicht so gut. Ich habe nur die Schmerz-Mitier-Mitier-Mitier-Mitier-Mitier gekauft, dass ich mit einem Schmerz-Mitier-Mitier-Mitier-Mitier-Mitier-Mitier-Mitier-Mitier-Mitier-Mitier. Ich glaube wir haben es. Wahnsinn, super toll, Dankeschön. Und ich verabschiede mich gleich mal von euch. Das war es für heute. Ich muss wohin. Danke fürs Zusehen. Macht's was gut. Tschüss Papa. Euer Herzfeld. Das war es für heute.